Die New York Comic Con steht kurz vor der Tür und wir haben die wichtigsten Infos zu der New York Comic Con bekommen mit allen Drops und wirklich einer sehr, sehr, sehr spannenden Ankündigung, was das Thema Fidget Hills und auch Comics angeht. Unter anderem sind die ersten exklusiven Collectibles von Louboutin und Marvel in der Vivi-App erschienen. Das war noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen on board, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG und heute wieder im mobilen Setup unterwegs. Und heute geht es nämlich auf das zweite deutsche Vivi Community Event, deswegen heute wieder ins mobile Setup. Und ich freue mich auf dieses Video, denn wir haben wirklich sehr, sehr gute News. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch jetzt direkt rein ins Video. Eine ganz kurze Ankündigung noch, bevor das Video jetzt wirklich rein startet. Und ich werde außerdem heute einen ganz kurzen Livestream machen und zwar nämlich vom zweiten Vivi Deutschland Treffen hier von unserer Community in Naila. Das heißt, wenn du auf jeden Fall nicht am Start bist, wir werden auf jeden Fall den Stream machen. Wann das zeitlich stattfinden wird, werde ich relativ spontan entscheiden. Ich gehe aber davon aus so 16 bis 18 Uhr in etwa, bevor man auf jeden Fall ein bisschen was getrunken hat. Und ansonsten freue ich mich auf jeden Fall auf alle, die auf jeden Fall heute am Start sind. Und ansonsten jetzt finally viel Spaß mit dem gesamten Video. Und dann tun wir an dieser Stelle mit der New York Comic Con, denn die steht genau in einer Woche schon vor der Tür. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon wisst, ich bin auf jeden Fall vor Ort und werde für euch auf jeden Fall so viele Eindrücke wie möglich auch mitnehmen und auch versuchen zu streamen. Und in dem Zuge haben wir auch die ersten Ankündigungen bekommen, was das Thema Drops angeht. Wir sehen ja zu der ganzen New York Comic Con eine Partnerschaft zwischen Marvel und Vivi wieder. Das heißt, Vivi wird in der Booth von Marvel sein. Und dementsprechend wird es auch sehr Marvel-lastig werden in dieser Zeit. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die ganzen Drops einmal ganz kurz an. Insgesamt wird es über jeden Tag mindestens einen Drop geben. Das Ganze wird starten mit einem X-Men-Poster zum 60. Jubiläum. Das Poster selbst wird um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Als nächstes sehen wir noch natürlich viele weitere Collectibles, wie zum Beispiel Kingpin aus Daredevil. Das sehen wir am Freitag auch um 17 Uhr deutscher Zeit. Als nächstes haben wir dann hier ein weiteres X-Men-Comic. Und zwar nämlich Ankenne X-Men Hashtag 1 aus dem Jahre 1963. Das Ganze wird am Samstag dann um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Ich habe jetzt gerade im Nachhinein nochmal ein bisschen geresearched und doch die Daten gefunden für das X-Men-Comic. Und wie ihr jetzt auch schon seht, eine 9.8 wurde hier 2012 für knapp 500.000 Euro verkauft, beziehungsweise Dollar verkauft. Wir haben hier eine 9.6, die wurde hier für 575.000 verkauft. Also wir haben es wirklich mit einem extrem starken Comic zu tun. Deswegen für mich persönlich auf jeden Fall ein Drop, den ich definitiv mitnehmen werde. Als nächstes kommen dann tatsächlich auch weiter X-Men-lastige Collectibles. Hier sehen wir dann zum Beispiel ein sehr ikonisches Collectible, beziehungsweise den Professor. Wir sehen dazu aber auch Magneto. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie diese Collectibles gehen werden. Wie ihr schon seht, jetzt hier Professor X und Magneto. Diese werden am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit droppen. Der Professor als Ultra Rare und Magneto wird hier auch als Ultra Rare droppen. Beide animiert. Mir persönlich gefallen hier die Collectibles an sich nicht wirklich gut. Die Gesichter sind hier meiner Meinung nach wieder sehr miserabel. Ja, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze dann im B-Vers aussehen wird. Ich hoffe, dass es dort etwas besser aussehen wird. Das sind auf jeden Fall die Drops, die wir zu Neuro Comic Con sehen werden. Ich persönlich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf. Und habe bis jetzt auch sehr gute Stimmen aus der Community gehört, die sich darauf freuen. Und worüber man sich auch freuen kann, ist nämlich ein weiterer Schritt in Richtung Fidgetals. Denn Alex, hier hat ja nochmal geschrieben. Digital Collectibles, Physical Collectibles, Physical Comics. Und mal gucken, was noch in der Zukunft kommt. Es wird anscheinend noch einiges kommen in die Richtung Fidgetals. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns auch die Viertel Comics hier einmal an. Wir sehen das hier nicht in Zusammenarbeit mit Marvel, sondern mit einem ganz anderen Studio. Und zwar nämlich ZQ Studios. Beziehungsweise wir sehen hier das Comic The Addiction. Und das ganze Comic wird hier am Donnerstag um 19 Uhr deutscher Seite droppen. Und ja, insgesamt wie gesagt auch mit physischen Collectibles. Das Ganze wird dann auf der New York Comic Con verfügbar sein. Für alle die Leute, die auf jeden Fall am Start sind. Es werden außerdem insgesamt 18 Limited Editions hier rausgebracht werden. An dem Stand von denen. Und auch hier in unterschiedlichsten Varianten. Foil, Holofoil, Version Covers und natürlich auch die BB Variante. Es ist an dieser Stelle natürlich jetzt ein Schritt in Richtung Fidgetals. Was auf jeden Fall sehr, sehr interessant ist. Auch die Cover hier gefallen mir sehr gut. Die wir dann beim Drop selber sehen werden. Und eventuell könnte das auch ein Startschuss in Richtung Fidgetal Comics auch für Marvel sein. Was die Exklusivcover angeht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Wenn wir hier auch Fidgetal Comics von Marvel sehen sollten. Ansonsten zu dem Comic selber. Der Listenpreis hier bei 7 Dollar. Außerdem die Total Edition Size bei 6850 Editions. Die Verteilung auch hier recht interessant gewählt. Wir haben hier auch eine deutlich höhere Anzahl an Comics, die zurückgehalten wird. Insgesamt 850 Editions werden hier zurückgehalten. Was ich persönlich schon ziemlich viel finde. Aber das ist natürlich dem Lizenzgeber überlassen. Die Kollabo zwischen Louboutin und Marvel nimmt so langsam Fahrt auf. Denn mit dem Kauf eines dieser Schuhe beispielsweise. Beziehungsweise bekommt man nämlich auch gleichzeitig ein Digital Collectible dazu. Und zwar für die Vivi App. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt auch direkt mal an. Denn diese Collectibles sind doch schon ziemlich hochpreisig, muss man sagen. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel ein Collectible. Ja, wir sehen jetzt hier auch das günstigste ist hier bei 999 Gems. Was schon meiner Meinung nach ziemlich teuer ist. Und dann haben wir noch das zweite Collectible. Das ist momentan das günstigste hier bei 6000 Dollar halt. Was schon wirklich extremst viel ist. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie viele Collectibles hier auch noch in den Markt kommen werden. Denn insgesamt reden wir hier zum Beispiel auch bei den Schuhen von der Edition Size von über 6000 Stück. Also auf jeden Fall eine Menge. Wir werden natürlich dann hier auch bei den Remaining Editions sehen, wie viele da noch wirklich eingelöst wurden. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie viele noch ankommen wird von Louboutin und Marvel. Ich bin aber der Überzeugung, dass es tatsächlich nicht super viel sein werden. Denn viele werden das glaube ich nicht wirklich realisieren, dass hier Marvel und auch Louboutin angefangen haben etwas rauszubringen. Denn dazu viele sowieso NFT eigentlich verteufeln. Und aber das andere Positive ist natürlich auch, dass Leute, die Louboutin Schuhe beispielsweise kaufen, prinzipiell auch, würde ich jetzt mal sagen, etwas mehr Geld haben. Denn diese Schuhe sind einfach schon sehr, sehr, sehr teuer. Und das könnte natürlich hier auch einige etwas größere Player eventuell auf Vivi aufmerksam machen. Und dann vielleicht doch das eine oder andere Collectible mitnehmen. Oder vielleicht auch die einen oder anderen Collectibles. Ich finde das auf jeden Fall einen sehr interessanten Schritt hier von Marvel. Und auch Louboutin, diesen auch zu gehen. Und Vivi in dem Sinne halt auch zu promoten in ihrer eigenen Community. Schreibt mir auf jeden Fall sehr gerne in die Kommentare, ob du dir vielleicht sogar hier einen Schuh gekauft hast. Mich würde es auf jeden Fall sehr interessieren. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit dem gesamten Video. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall riesig über ein Like hier unter diesem Video von dir freuen. Und ansonsten freue ich mich auf jeden, den ich heute Abend hier beim zweiten Vivi Deutschland Treffen treffen kann. Und wünsche dem Rest auf jeden Fall noch aber einen wunderschönen Morgen, Mittag, guten Abend und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.